Jetzt ist fünf Quart am Nürnberg, Montag 18.09 Uhr. Köln-Grenn-Hymel. Der Ruck 1019 Meter Meter. Wind 3 Meter Süd. Fluchtigkeit 84 Prozent. Schöner Aufgang um 6.46 Uhr auf. Und Schöner Untergang um 19.50 Uhr. Heute wurde schon Sonne. Vier war heute fünf bis sieben Quart. Gerade am Heute. Am Vier war Sonne. Jetzt am Spät. Da kommt ein bisschen Regen. Am Magen 3 bis 6 Quart. Auch Regen. Am Übermagen 6 bis 11 Quart. Wokies. Am Donnerstag 4 bis 11 Quart. Einmal Regen. Regen ganz viel. Regen. Regen. Auch Regen. Am Freitag 0 bis 1 Quart. Regen. Am Tag. Am Sonne. Am Sonne. Am Tag. Tschüss.